Die Vereinigten Staaten von Europa. Am 1.12.2009 um 0 Uhr wurde diese ehrgeizige Idee zur politischen Realität. Von Portugal bis Finnland, von Irland bis Zypern. Die EU ist mit dem Inkrafttreten des Vertrages von Lissabon de facto zu einem einzigen Staatsgebiet geworden. Für EU-Mitgliedstaaten, Unternehmen, Verbände und Organisationen bringt diese ökonomisch grenzenlose Freiheit komplexe Strukturveränderungen mit sich, die im politischen Alltag zur Herausforderung werden. Die Interessenvertretung wird im wachsenden und stärker integrierten Europa stetig komplizierter. Wer die neuen Prozesse nicht kennt, dem droht ein weitgehender Verlust seiner Gestaltungsmöglichkeiten. Das muss nicht sein. Inhalte kompetent vertreten, gleich Erfolge in der Interessenvertretung erzielen. Früher konnte man dieser einfachen Formel folgen, um an politischen Entscheidungen erfolgreich mitzuwirken. Diese klaren Entscheidungsstrukturen weichen in der Europäischen Union einem komplexen Entscheidungslabyrinth, das ohne prozessuale Kompetenzen nicht überwunden werden kann. Nicht nur 28 Mitgliedstaaten, sondern auch zahlreiche Wechselbeziehungen zwischen den 751 Abgeordneten des Europäischen Parlaments und den 28 europäischen Kommissaren, sowie deren über 30.000 Mitarbeitern bestimmen den politischen Alltag. Kurz, Interessenvertretung ohne sachkundige Begleitung wird zu einem sich ständig wandelnden Irrgarten, aus dem Sie nicht mehr herausfinden. Was würden Sie sagen, wenn es eine Möglichkeit gäbe, die in Ihrem Unternehmen vorhandene Inhaltskompetenz so zu ergänzen, dass eine erfolgreiche Begleitung Ihrer Interessenvertretungen auch im komplexen politischen Entscheidungssystem der EU gelingt? Diese Möglichkeit gibt es. EUTOP. Wir bieten den heute unentbehrlichen roten Faden und begleiten Sie als unabhängiger Intermediär durch das Labyrinth der europäischen Politik. Die Perspektive verändern und dadurch neue Lösungswege entdecken. Von einem Was will ich und warum, hin zu einem Warum sollte das den Entscheidungsträger interessieren. Das Besondere an EUTOP ist unsere wissenschaftlich-empirisch entwickelte One-Pager-Methodik. Hierbei handelt es sich um eine interdisziplinäre und aus verschiedenen Blickwinkeln erfolgende Betrachtung des Problems mit dem Ziel, durch einen Perspektivenwechsel von der Individual- in die Gemeinwohlperspektive einen erfolgreichen Lösungsweg zu erarbeiten. Wir bereiten Inhalte so auf, dass ein Entscheidungsträger Sie nicht nur versteht, sondern Sie sich im Interesse des Gemeinwohls zur Eigenmacht. Falls ein Perspektivenwechsel nicht möglich sein sollte, weiß der Kunde, dass eine erfolgreiche Interessenvertretung nicht möglich sein wird und kann sich darauf einstellen. Vergleichbar mit einer App ergibt sich durch die One-Pager-Methodik zusammen mit der Prozesskompetenz von EUTOP eine maßgeschneiderte Dienstleistung. Täglich begleiten unsere Mitarbeiter und Berater EU-weit alle Schnittstellen strukturell und nachhaltig. Das Vorhalten unserer räumlichen, personellen und organisatorischen Kapazitäten sowie unseres einzigartigen, EU-weiten, institutions-, fraktions- und Mitgliedstaatenübergreifenden Netzwerks ermöglicht es uns, unsere Kunden und ihre Interessenvertretungsvorhaben auch im komplexen politischen Entscheidungssystem der EU weiterhin zum Erfolg zu führen. Sie kennen Ihre Produkte und deren Märkte. Wir kennen die europäische Politik und begleiten sie durch den gesamten Entscheidungsprozess. Eine über die Jahrzehnte gleichbleibend hohe Zufriedenheit unserer Kunden spricht für unseren wissenschaftlich fundierten Ansatz. EUTOP – seit 1990 struktureller Prozesspartner für Ihren Erfolg.